Hallo und willkommen zurück zum Bioshock. Ja, wir sind hier weiter mit der Siebestattung hier zu Gange. Ah, ist das der Nikola? Ach ja, da war ja der Big Daddy. Wir müssen zum Restaurant. Ich werde heute das Abendessen machen. Höre ich da wieder Worte? Wer versteckt sich vor dem Licht der Vernunft? Was ist da? Verstecken? Da ist das Restaurant. Komme her, Schätzchen. Ich hab ein Traumangebot für dich. Ich für dich auch. Was ist jetzt? Aber... Wenigstens gibt es eine Spur. Was? Was soll ich jetzt machen? Ah ja. Einmal Eve? Jemand muss ihn erwischt haben, als er bei Suchong einbrechen wollte. Hm. Was ist das? Ah ja, da, 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 da... Anscheinend war in dem Raum hier die Zentralheizung, also... Kann man davon ausgehen, dass die Rohrleitungen zu Suchong führen? Moment mal. Ähm... Wenn du ein intellektueller Übermensch wie du bist, musst du dich tief auf Gefährdung... Ach... Dieser Suchong war nicht gerade einer der trickreichsten. Und rein hier. Das habe ich gehört. Das ist so klar. Wie ein Glockenschlag. Ich habe die studierten Trottel bei was von menschlicher Wärme gehört. Okay, das war halt so gut. Das war halt so gut. Seltsam. Aber hier müssen noch jede Menge Gegner sein. Vielleicht kann man den einen auf dem anderen hetzen, oder so. Wir stellen ja Geschütze in den Luftschacht auf, ey. Ich weiß, was du hier vor willst. War da gerade was? Vielleicht kommst du nicht nach dieser Sache raus? Da war da gerade irgendwie... Hä? Kriege ich auch, ne? Ich schätze, das ist unser Mann. Er scheint nicht hier zu sein. Entweder er ist tot, oder er arbeitet für Ryan. Okay. Versperrt. Und nichts zum Öffnen. Aber es hat doch einen Grund, dass ich hier bin. Darum sagtest du doch, ich soll Su Chong finden, oder? Ja, eigentlich hast du dir das selbst gesagt. Danke, dass du mich dran erinnerst. Oder? An meinen Geisteszustand. Warte mal, wir nehmen. Keine Wäsche. Ich habe mich dafür geschaffen, zu sehen, was du gesehen hast. Und jetzt, wo du wieder ein normales Wesen aus Flaschenblut bist. Sei froh, dass du noch so klar bei Verstand bist. Irgendetwas muss ich hier finden. Etwas, an dem Su Chong gearbeitet hat. Dann geht's raus. Eine Lutez-Maschine. Was? Su Chong hat Risse geöffnet? Da, der Riss führt immer noch nach Columbia. Plasmide, Kräfte. Er und Fink müssen kommuniziert und ihr Wissen geteilt haben. Wie die Lutez-Geschwister, bevor sie physisch zusammentrafen. Aber warum musste ich herkommen? Was hat das mit Sally zu tun? Du erinnerst dich, oder? Etwas, das noch nicht geschehen ist? Ich sag doch, ich kann nicht... Konzentrier dich hier deshalb. Nein, die Türen sind zu. Sie... Was zum Gehör? Das Lutez-Partikel. Ich nutze das Lutez-Partikel. Wenn es eine Stadt schweben lässt... Kann es auch ein Gefängnis erneben. Ich kann keine Risse öffnen, aber mit der Maschine könnten wir nach Columbia kommen und einen Partikel finden. Aber sie ist beschädigt. Dann reparier sie. Aha. In meinem Turm gab es leider kein Reparaturhandbuch für Lutez-Maschinen. Reparier sie. Ja, ich wette... Elisabeth, reparier sie. Gut. Okay, vielleicht finde ich ja irgendwo Informationen dazu. Klar. Da hat auch jemand... Brecheisen einfach reingerammt. Lockwick. Sind wir hier? Da ist ein Greifhaken. Das heißt, da würde man nach oben kommen, aber... Ich glaube, da kann man auch laufen. Die Frage ist, gibt's hier was? Okay. Das sind Elemente. Natrium, Titan. Aber wieso stehen die auf einem Bauplan für? Es ist ein Code. Eine Visionär-Chiffre. Sagen wir, Wasserstoff ist A und Eisen. Element 26 ist Z. Braucht man doch immer einen Codeschlüssel. Hier ist er. Unterschätze niemals die Fehlbarkeit von Egomanen. Das scheinen Teile zu sein, die Suchong braucht, um die Maschine zu reparieren. Eine Kalt-Kathoden-Röhre. Ein Kohlen-Dioxid-Filter. Und ein Kühlkörper. Eine Kathoden-Röhre ist in jedem Verkaufsautomaten. Und CO2-Filter gibt's bestimmt in einer der Tauchkugeln in dem Ausstellungsraum. Aber einen Kühlkörper, das ist... Wo treiben wir den in einem Kaufhaus aus? Immer schön kühl mit Väterchenfrost. Das wird gehen. Jetzt besorge ich erstmal die Teile. Und dann muss ich nur noch das komplexeste Stück Technik reparieren, das je erschaffen wurde. Elizabeth, du hast dir selbst bei dieser Reparatur zugesehen. Du schaffst das. Wenn du das sagst, sehen wir erstmal zu, wie wir hier rauskommen. Okay, hat er sie repariert? Atlas, hören Sie, Sie müssten mir einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich schätze, das bedeutet, das versprochene Wunder lässt noch auf sich warten? Ich arbeite dran. Ich brauche etwas Väterchenfrost. Versuch's mal da, wo die neuen Tauchkugeln verkauft werden. Soweit ich weiß, ist Väterchenfrost das Einzige, was verhindert, dass die Batterien nach fünf Minuten überhitzen und in Flammen aufgehen. Danke. Gern geschehen. Aber das war der letzte Gefallen, den ich dir getan hab. Ähm. Das heißt, das war's, ja? Sobald ich die Ersatzteile habe, muss ich lediglich noch die Kaputten austauschen, sagte sie voller Optimismus. Ja. Wo müssen wir jetzt dann hin? Da gibt's ja keine Wege mehr, oder? Frauen geht es heutzutage nicht mehr um. Das war... Auf die Beschädigung meiner Geräte steht der Tod. Selbst für hübsche Damen wie Sie. Ich nehme an, Sie sind zu Chong. Sparen Sie sich die Munition. Ihre Maschine funktioniert nicht. Sie funktioniert. Wurde aber sabotiert. Von Vandalen wie Ihnen. Eigentlich will ich Ihre Maschine reparieren. Das heißt, falls Sie nicht vorhaben, hier runterzukommen und es selbst zu machen. Es wäre nicht klug für mich, ins Labor zu kommen. Sie sagen, Sie können sie reparieren? Ich hab auch Ihren Code geknackt, oder? Geben Sie mir den für die Tür, dann sehen wir, was Ihre Erfindung kann. Eins, zwei, eins, sechs. Ihr Geburtsdatum? Genug geredet. Reparieren Sie sie. Was? Eins, zwei, eins, sechs? Woher wusstest du das? Unterschätze niemals die Fehlbarkeit von Egomanen. Ne, das machen wir in die andere Richtung. Jawohl. Genau, Sir. Ich vertrete Olympus Heights. Warum sollten wir uns... ...unter Nachbarn teilzunehmen außer dem Zaun? Solche komischen Geräusche bin ich nicht gewohnt. Da läuft noch so einer. Komm wieder her. Nur die Schwachen fällen nicht ganz koscher aus. Ich bin doch nicht blöd! Schön, Big Daddy. Bleib hier! Jetzt habe ich die da schon mal. Ach, wir sind wieder draußen hier. Okay. Big Daddy ist richtig sauer hier. Okay, wo muss man hin? Findet ihr an den Verkaufsautomaten? Okay. Was war das? Nein. Zeig mir aus welchem... Versteckst du dich nicht? Das müssen wir doch ein bisschen länger halten. Dann wäre es zertrauen. Da haben wir doch schon mal einen Verkaufsautomaten. Der Automat. Da sollte eine Kathodenröhre drin sein. Hab sie! Fehlt noch Filterchen Frost und ein CO2-Filter. Okay, warte mal. Die Tauchkapsel, die ist hier, ne? Im Aufstellungsraum. Wie komme ich an den Dreiksteil? Ja, ne? Nicht möglich. Da gibt's Kohle. Ist immer noch nicht möglich. Oder mal Aktenstand versuchen. Das wackelt hier ja so. Das ist der Dicke hier. Wenn ich dir nicht zu, tust du mir nichts, oder? Wo Tauchkugeln sind, sind wahrscheinlich auch CO2-Filter. Und wieso? Wenn man das Kohlendioxid nicht aus der Atemluft eines Tauchboots filtert, erstickt man. Das hat mir an Rapture gefallen. Jede Menge neuer Lesestoff. Wir brauchen eine Langstreckenkugel. Eine, deren Tauchzeit durch die CO2-Ansammlung beschränkt würde. Okay, da haben wir nochmal einen Lockpick. Alles klar, wir müssen hier alle. Ist das ein Aufzug? Alles okay? Ich hab all das schon mal gesehen. Alles. Alles, was geschehen wird. Und jetzt... Jetzt... sehe ich nur Dunkelheit. Du hattest einen Grund herzukommen. Eine Schuld. Wenn du es so nennen willst. Dieser Atlas. Ich werde ihn töten müssen. Sonst wird er mich töten. Gut möglich. Ich bin nicht du, Booker. Ein Kriegsheld. Ich bin nicht mal mehr ich selbst. Keine Risse, keine Allwissenheit oder wie man das nennen mag. Ich bin nur noch ein Haufen Bücherwissen und eine Handvoll Lockpicks. Da haben wir noch eine Tauchkugel. Die Humpback Whale. Das Ding ist uralt. Nur was für Schnäppchenjäger. Man braucht noch Sauerstoffflasche und Atemmaske. Die hat kein Filter. Schade. Das wäre zu einfach gewesen. Aber Lockpick haben wir auf jeden Fall weggefunden. Hm, die 52er Marco. Ein Klassiker. Aber die reinste Todesfalle. 28 tödliche Unfälle durch Kohlendioxidvergiftung. Und immer noch auf dem Markt. Aber stark hoch. Da. Die Stingray. Tauchzeit 90 Minuten. Hier sind wir richtig. Ganz schön weit oben. Irgendwie hat man sie da hochgekriegt. Ich muss bloß die Steuerung finden. Das ist doch nicht erledigt! Das mag richtig sein. Genau, wir springen hier. Bleiben wir da. Wo kommt die denn hier? Von draußen rein. Das kleid irgendwie seltsam ist. Ich sehe, was du hier angerechnet hast. Das merkt, dass ein Blender... Hoppala. Eine Kugel habe ich noch. Das wäre für dich gewesen. Was haben wir denn hier noch? Wir kriegen das schon geregelt. Ich habe gesehen, was du meinem Kreuz hier angestanden hast. Und was du meinen Freunden antust, das tust du mir an. Wirklich? Du hast jetzt bloß kein Respekt vor mir! So, 100 Spelonen. Genau. Flennen wie ein Baby. Du hast dich nie geliebt. Warum sollte sie auch? Hast du ihre Liebe verdient? Nein. So, Kohle haben wir drauf, oder? Zukunft zu zeugen, müssen wir erst die Trüger der Vergangenheit im Inneren beseitigen. Alles hat es jetzt gelohnt. In unserem eigenen Leben. Da unten ist das andere mal was mit einem Lockpick. Seltsam. Höchst seltsam. Bleib hier! Wir können noch viel mehr aus dir machen. Natürlich, die Gebäude werden an der Oberfläche gefertigt, aber wir lassen sie auf einem Ring hinab, der mit dem Stahlrahmen verbunden ist. So viel Stahl. Wie soll man solch riesige Einkäufe vor der Regierung geheim halten? Fragt sich jetzt wohl so mancher. Wasser ist flexibel. Wir werden Rapture nicht in Stahl kleiden, sondern in Aluminium. Diese Schaka... Hm. Da hat wohl jemand einen Code entschlüsselt. Wir haben die Bestätigung, dass das Ass im Ärmel fertig ist. Suchong hat es, wird es aber nicht einfach herausgeben. Alles weitere, wenn wir mehr wissen. Worum geht es da? Keine Ahnung. Komm wieder her! Nur die Schwachen fürchten den Konflikt. Auf jeden Fall haben wir eine optionale Aufgabe gefunden. Scheißteil hier. Natürlich. Warte, ich will dich erwischt. Geh das Licht aus bei dir. Komm wieder her! Nur die Schwachen fürchten den Konflikt. So, der Drillava ist vorbei. So, mal kurz nachladen hier. Da brauche ich fünf. Wenn ich einen Verkaufsautomaten finden kann, dann kann ich mal Revolver-Munition auffüllen. Und da brauche ich einen Code. Ah, schauen. Für Revolver. Schaut da schon mal ganz gut aus. Für Schlupflindig kaufen wir auch noch irgendwas. Lockpicks kann man kaufen. Das ist sehr gut. Da kann man nämlich dann den Safe knacken. Was immer das bringt. Oh, cool. Beherrschung, Geschütz-Upgrade. Okay. Ach, die Geschütze kann man auch beherrschen. So ist das. Okay. Alles klar. Den Code hier haben wir nicht, ne? Gleich wird's laut. Wirklich? Oder was? Ich nehm mal den Revolver. Jetzt komm schon raus. Den ganzen Weg umsonst glauben. Na, dann komm doch her. Du hast das schon mal durch. Wir machen das jetzt noch mal schlau. Ich dachte, ich wäre schlau, aber das kostet zu viel. So, haben wir hier noch was. Ne Mikroville. Was soll ich ne Mikroville haben? Äh, wann? Moment. Sollten wir die vielleicht mal austauschen? Ne. Das kann man doch als zusätzliche Waffe noch nehmen. Alles klar. Okay, da haben wir keinen Code. Ich weiß ihn zumindest nicht. Hey. Wie bin ich hier reinkommen? Das ist wieder eins. Zwo. Eins. Ne. Ich bin doch hier irgendwie reinkommen. War das durch die Tür hier? Ne, ne? Da unten war noch das. Genau. Spannend. Sichtupgrade, okay. Warte. Ach, Eiffel. Wirklich, Sacklein, Liebesbriefe von mir. Ist da dieses Flittchen von der Presse? Spionierst du mir wieder nach? Ich weiß nicht, wo du bist, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wo du bist. Ach du. Ich weiß nicht, wo du bist, wenn du ihn machen willst. Also mach ihn rein. Los, komm schon raus. Ich habe eine Menge Eisen im Feuer. Komm, ich habe eine kleine Zöpfel. Okay, da bleibt nicht verüblich. Okay. Da ist das Teil, ne? Das heißt, wir müssen da irgendwie hoch. Wir kommen mal da hoch. Das war... ...nicht ganz richtig. Hä? Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Wer baut denn solche Konstruktionen? Ah, warte mal. Drücke B in der Luft, um leise zu landen. Okay. Hab ihn. Jetzt fehlt noch Väterchen Frost, dann haben wir's. Findefehlerchen, Brust. Aber den haben wir doch schon, oder? Ach nee, den hat ja... ...Buka damals. Okay, du bist da lang. Das heißt, die wird er raus, oder? Für einen Idioten müsse das noch reichen. Du versteckst dich. Okay, da lang. Ach, wir müssen wieder komplett raus. Alles klar. Geht's voran, Schätzchen? Ich muss zugeben, mir kommen leichte Zweifel. Und weshalb sollte mich das kümmern? Weißt du, meine Jungs lechzen nach Adam. Und direkt vor mir sitzt eine ausgezeichnete Quelle. Wenn Sie sie töten, kann ich nur hoffen, Ihnen gefällt's hier unten. Lassen Sie sich häuslich nieder, gründen Sie eine Familie. Oder glauben Sie, Andrew Ryan kommt und rettet sie? Na gut, aber denkt dran. Man kann Little Sisters schnell abernten, oder sehr, sehr langsam. Hatte jemand gefurzt? Gaspfeile sind mir in Annäherungssensor ausgestattet. Ich will aber keine Gaspfeile, ich will aber einen Revolver an. Hey Junior, komm her, sieh dir das an! Okay. Warte, warte mal. Jetzt passt gut auf. Das ist Andrew Ryan da auf der Bildschufe. Oh, oh. Okay, wir setzen das doch mal an. Was war das eben? Geht da einen Scheiß an. Das ist doch nicht erledigt! Was ist denn noch mehr, ne? Noch jemand da? So, ich brauch die Kohle, um die Mobilität zu kaufen. Okay, wo müssen wir denn hin? Mein Freund, der Big Daddy, ist auch wieder da. Hat ein wenig Atemprobleme. Ich knallte die zweimal die Grapie. Bistest du jemanden? Ich knallte die zweimal die Grapie. Dann macht der Big Daddy denen ja auch nicht nichts. Shit, ist das wohl auf die Pflanze? Wo bist du hin? Wer versteckt sich vor dem Licht der Vernunft? Eine ehrliche Wacht. Deinem muss ich auch noch. Ich bin von der Sorte Auge um Auge. Ja, dein Auge kann ich ja rausschießen, hab ich kein Problem damit. Bist du das, Schatz? Stille dich deiner Schwäche! Der Rüge war. Ich bin von der Sorte Auge um Auge. Jetzt schon. Was war denn das? Schießt er die Eier weg, Alter? Das habe ich gehört. So klar wie ein Glockenschlag. Okay, wer will schon... Warte mal, soll ich so ihn? So, oder? Da muss ich natürlich runter, das ist ja klar. Ich habe über dich gelästert gar nicht. Ich versuch's ja. Kann ich erst was einkaufen? Im Zirkus der Welt. Kein Unterricht. Kein Gezog. Du versteckst dich nur vor dir selbst. Ja, du? Ah, doch. Fächerchen Frost geht's. Fächerchen Frost. Damit kühlen wir Suchongs Maschine. Ah, da waren wir doch schon mal. Ja? Atlas sagt, ich soll hier Väterchen Frost abholen. Du bist noch nicht lang hier, oder? Wie kommst du darauf? Ha, du bist die Einzige von uns, die nicht stinkt wie das Reptilienhaus im Zoo. Gibt's das mehr jetzt, oder muss ich die umlegen? Aber nur Väterchen Frost, wir sind hier nicht die Wohlfahrt. Ja, ja, okay. Das ist ja jetzt nicht mehr davon, oder? Was ist denn hier Väterchen Frost? Also, Atlas meinte, ich soll rausfinden, wo wir am besten zuschlagen, wenn wir hier rauskommen. Aber das hängt natürlich davon ab, wann wir hier rauskommen, oder? Am 5. November, da wird in Fort Frolic groß die Gründung Raptors gefeiert. Am Valentinstag, da ist Arcadia sehr beliebt. Und wenn's irgendwann um Neujahrum ist, hey, dann können wir bei all den aufgeblasenen Fatzkes im Restaurant Cashmere die Korken knallen lassen. Okay, schauen wir uns in den Film mal an. The time has come, brothers and sisters. Did you want to keep climbing Andrew Ryan's ladder? Just to watch him knock it down as you're reaching the top? The cards are stacked. What's a bunch of fine words? If there ain't deeds to back them up. Rapture was supposed to be different. But the only thing that separates it from the slums of New York or Glasgow are about a million gallons of salt water. Ryan sent a clear message when he had Frank Fontaine put down. It's time, all you, land your place. I tell you what, Ryan. Message received. Loud and clear. And here's what the people of Rapture have to say to you. If you won't give us what we want, we're more than happy to come and take it. Da haben wir hier bloß einen Verkaufs, oder? Oh, we're not going to die! Hm. We're not going to die. Hey, I have my family to help. Ah, there it is. Ihr Feier your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Genau was wir brauchen. Jetzt haben wir alles. Kriegst du die Reparatur jetzt hin? Klar. Quantenfeldgeneratoren habe ich schon im Kindergarten repariert. Zerm! Wer zum Henker beschudert! Was ist hier los? Was ist hier los? Was wurde hier geschmückt? Das der Gesellschaft! Okay, warte mal. Bevor wir hier losziehen, mir gefällt der Revolver natürlich ganz gut. Hinweis an das Verkaufsteam. Wir akzeptieren keinerlei Ansprüche von Kunden wegen Verbrennungen, die sie sich angeblich in Zitat überhitzten 1958er Tauchkugeln zugezogen haben. Dennoch hat unser Marketing-Team beschlossen, im Rahmen einer Werbekampagne Flaschen mit Väterchen Frost zu verteilen. Es gibt aber keine Rückrufaktion für die 58er Modelle. Ich wiederhole, keine Rückrufaktion. Okay. Das heißt theoretisch, müssen wir wieder zurück. Wo war denn das? Was ist hier denn? Kann ja nicht stimmen, oder? Ich habe gemeinsam gesehen. Gemeinsam! Werden wir die Welt? Was? Keine Probleme, möchte hier auch nie. Ich bin nicht ein. Hier bist du keine große Nummer! Noch nicht? meinst du mich oder ihn du wirst es nie zu was bringen du zeigst mir die kalte schulter okay wie war es jetzt hier okay und ich muss das zeug wohl bringen naja nicht die perfekte phosphorfrequenz aber jetzt sterben wir schon mal nicht gleich an co2 vergiftung wenn wir das ding einschalten und ich muss das ding wohin sprühen schieße fähreschen frost auf die hitze spulen obersten bereich okay das heißt hier lang ich muss den trafen oben auf der masche okay das sollte ein überhitzen verhindern klar so alles repariert wir können dann wird das ding mal hoch wenn ich alles richtig gemacht habe alles betreten und wir sind in columbia ok sie nur wir sind auf der first lady das wäre zu einfach die zweite first lady wurde um ein partikel schwebesystem herum gebaut wie alle gebäude der stadt stand in columbian scientific das partikel befindet sich oben auf der konstruktion den aufzug hoch was willst du jetzt so von mir perfekt schön viel technik um ein luftschiff anzuheben hat der kommstag noch nie was von wasserstoff gehört die erste first lady wurde mit wasserstoff betrieben ein box scharfschütze zerstörte sie mit nur einem schuss leider war der profit damals nicht an bord gibt es hier feinde oder so wenn ich das aktive partikel entnehme ist die first lady nur noch ein riesen brief beschwerer ich nehme das ersatzpartikel das wärs und jetzt zurück durch den riss glaubst du ernsthaft dass adlers sich an eure abmachung halten will nein aber dafür findet sich schon eine lösung wie willst du adlers beikommen er ist nicht bloß irgendein durchgeknallter splicer er wird einen fehler machen ich muss nur bereit sein ihn zu nutzen wenn es so weit ist alles für ein mädchen das du kaum kennst wie gut kanntest du mich als du nach columbia kamst ok das kann doch nicht so einfach sein hier oder die hübsche dame ist noch nicht fertig was öffnen sie den riss die energie für die maschine ist sehr teuer ich brauche eine gegenleistung sagen sie schon was sie wollen etwas ganz einfaches eine haarlocke das ist nicht ihr ernst nicht von ihnen dummchen fink hat ein geheimes labor eingemottet vergessen dort befindet sich die haarprobe in einem glas nicht zu verfehlen besorgen sie sie mir dann sind wir alle gute freunde wo ist dieses labor abgeschottet hinter finks quartier sie sind klug sie finden es schon ich hätte es wissen müssen war ja klar wir brauchen eine haarlocke box propoli dann scheint genau während der belagerung gelandet das heißt unsere anderen ich sind vermutlich in der fabrik auf dem weg zur first lady was passiert wenn wir ihnen begegnen das passiert nicht woher willst du das wissen weil es nicht so war hm sag mal ich guck mal wo wir lang müssen bloß den einen weg hier da ist aber zu ups ich hoffe wir kommen anders wieder raus ich habe ihren rat befolgt und es hat sich ausgezahlt aber ich werde dem jungen nichts tun fink und comstock werden beide brennen aber dieser junge kann nichts für die taten seines vaters sie verstehen nicht sie sollen dem jungen nichts antun und wir haben auch nie gesagt dass sie comstocks welt in brand setzen werden ein berühmter mann sagte mal und ein berühmter mann wird sagen ich mag den berg erklimmen doch ich fürchte das tal dahinter werde ich nie betreten das heißt ich werde nicht erleben wie nein nun was ist ihnen wichtiger ihre rolle in dem stück oder das stück selbst jemand wird kommen sie kommt als mädchen gehen muss sie als frau und was macht den unterschied zwischen einem mädchen und einer frau blut ihre rolle in dem stück oder das stück selbst ich soll sie zur mörderin machen wie lassen sie dem mädchen keine wahl dann ist sie gezwungen eine zu treffen eine linke nummer haben die damals vor gehabt die den waffen wir wissen ja das ist da jemand der weihnachtsbahn bringen dich zur strecke man ist alle doch warum hast du den finger reingesteckt im bobo oder was ich habe sogar eine kugel kriegt ach sie wissen sich heute ich bin ja komisch ich bin das schweinchen du hast du jetzt gesagt gibt es dann eben schon passiert so was war denn hin hier daran ich schleiche zwei kugeln wird schon mal an der gebühle jetzt haben wir sogar drei ja es wird einen krieg geben man kann ihn schon förmlich riechen angst hass jeden tag sterben leute aber wie viele werden noch leiden wenn wir uns erheben gewalt erzeugt mehr gewalt das weiß ich ich habe es erlebt der rationale geist strebt eine friedliche lösung an er versucht eine gemeinsame basis zu finden aber wie soll ein vater eine gemeinsame basis finden wenn er zusehen musste wie sein kind auf der straße verblutete wie soll man ihm seine rache verwehren ich kenne das feuer das in ihm fink ach das wird nicht funktionieren ich sollte mir die uhr genauer ansehen die uhr die da eine riesige uhr so was in der art der mechanismus scheint bestimmte aktivitäten freizuschalten falls fink sein segen dazu gibt und jetzt müssen wir warten dass der kuckuck erscheint nein da ist eine öffnung für eine art schlüssel mit dem man das ding aufzieht den müssen wir finden natürlich eine menge arbeit um ein paar türen zu verschließen tja wenn fink etwas liebt dann eine menge arbeit finde den ohrenschlüssel ich glaube ich kann doch was da lang unser derzeitiger zustand beziehungsweise nicht zustand hat bei meinem bruch wir haben den ohrenschlüssel das ging aber jetzt fix muss man ihn gleich finden dachte wir müssen hier erst alles absuchen muss ich da wirklich da muss ich doch gar nicht rein aber schauen wir mal ganz kurz vielleicht gibt es etwas interessantes ähm alles klar sagen wir mal voll naja sehr richtig interessantes gibt es ja nicht die verzieht gegeben aber das haben wir ja voll und eine schachtel kippen das ist ja nicht die verzieht die verabschlüssel die verzieht die veräubigen die veräubigen aber das ist ja nicht die gegen diese These sprechen, als dafür, dann hätte er Adam doch eher in den Bauch einer hübschen Möwe oder Krähe gesteckt. Die Kosten für diese ganzen Unterwasserexpeditionen sind Gift für meine Gewinnmarge. Okay, das schauen wir uns mal an hier. As to the matter of religion, let me place myself in the Campbell Diagnostic. I pretend to understand the mysteries of the Infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. For the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man. Okay... Okay... Da müssen wir natürlich weiter... Sorgen wir diesem Idioten seine Haarlocke. Ja, das werden wir natürlich tun. Aber dann... Äh, natürlich dann in der nächsten Folge. Dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh. Last chance, pet. Let her go! Get me the ace. I'll wrap the brat in a silk ribbon. It's a bad place. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you? I'm not you, Booker. And yet, here you are, settling the debt. Didn't your mom ever teach you not to put your faith in strange men? Just give me the girl. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. I will never escape it. Exploited, exploiting. It's like a wheel of blood spinning round and round. I give you a choice. Work for me, or die for that. It's up to you what matters more. Your part in the play. Or the play itself.